Und Damen und Herren, herzlich willkommen zu Lutz und Arbeiterbaden. Let's play Fake Run Road. Ich bin es am Zimmerfix. Wir sind immer noch im Little Bit Tank Event, haben hier beim letzten Mal in den Wolken hier aufgeräumt und die Dioskudi als auch in Nobunaga bezwungen. Nun geht es zur nächsten Region, die uns irgendwo nach Westen führt. Also irgendwo, was haben wir als Optionen gehabt? Spanien? Amerika? Wieso hat es ja nicht Spanien gesagt? Spanien ist auf der anderen Seite. Oh Leute, start spreading to New York. I'll leave it today. I want to see it all again. New York, New York. So, auf in die wunderschöne Metropole hier. Und hier werden wir ganz sicher den Schauplatz haben aus dem Guildfest Event. Ganz sicher. So, detestable. Love and Despicable Apparent. I am hatred. I am endless fury. I am undying hellfire. Death to Yoritomo. Death to the Genji. The Genji must die. The Genji must be massacred, slaughtered, annihilated. Shivakamaru. Indeed. I am Overseer Yoshitsune. I am the embodiment of the Genji's destruction. I am hatred personified. I am. And everyіл stepped that dead. But I also think, there is more to end than that. Who are you really? You seem like Oshiba Kamara but I don't think you are. Good grief. Who are you? That's what I want to know. Ooh! You're touching Maxi's self without permission. Get away from him. Begun. My bro Dante! The Count of Monte Cristo. That's right. A dream guardian. You certainly do have some strange pets, don't you? Shut up! Much as I hate to admit it, it would seem this is as far as I go. I doubt you will remember this dream, but no matter. We will meet in person soon enough. Oh yes. You wanted to know who I am. I am Kagekyo. Taira no Kagekyo. I am the one who will kill Yoritomo. And then, the one new, now repairing the harvest of Yoshitsune's regret and laugh for him. Well, the needle guide is here. Hey, you're alright, my student. You're looking a little dizzy again. So, like if you are piggyback, right? Piggyback? I thought I saw something, but I can't remember what. Oh. Well, if you don't remember, there's not a whole lot we can do. Forget the daydreams, we've got better things to worry about in front of us. Are we in New York? Skyscrapers is certainly an apt name, godness. It's a beautiful sight, for sure, but what could my other self be doing here? Probably nothing good if the past is anything to go by. Where do we start looking? I know. Why don't we get burgers? Burgers? What do you think this is? Some kind of gourmet tool? Hmm, burgers do sound good. Wait, what am I saying? Food can wait. Our first order of business is to gather information. Everyone split up and look for evil Ushibaka. Right. Ich weiß, dass wir die gute Ushibaka erstmal beim Burgerladen finden. So, und sieg da einfach durchs komplette Menü-Foot ab. Gut, liebe Leute, wir werden nun erstmal hier ein bisschen farmen und dann werden wir uns gleich wieder hier treffen. Bis. Und damit sind wir wieder zurück, liebe Leute. Leute, ich habe hier in New York ein bisschen unsicher gemacht und aufgeräumt. Nun haben wir hier genügend Ressourcen, dass wir auch mit dem nächsten Story-Kapitel hier anfangen können. Und langsam bewegen wir uns nochmal auf die Zielgerade, weil ich denke mal sieben Kapitel wird das hier haben. Also, liebe Leute, es ist an der Zeit ein paar Köpfe zu sammeln. Das ist ein Video. 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 Test schrecklich was ist, ich habe, wie sie sich streiten. Ich habe so nichts zu denken. huh oh crap this is as bad as so when he's gone full bersag and that's putting it mildly I just find a guy lessing him it's hard to believe but there's no mistaking it that's how it has blown up to her color size he's even bigger than he was in a garfa yes he is he's easy a big enough to be classified as a full start now a giant great if it not we'd have to deal with one of those I would have brought David along don't bother it wouldn't have worked anyway what did you mean to that's not just any giant that John Sarah class and I'm betting is still got all the trades he does normally right what wait you're telling me he is got more going home besides the obvious size strength and weight please tell me he doesn't well to make a long story short he can die and come back to life up to 11 times oh I know right it's that's crazy oh and while this isn't as big as a deal in comparison only a rank or higher tax have any effect on him you've got to be kidding me I wish we were but now but that's just her class damn it what if I thought it was a good idea to make him back and yeah it get him all thrilled up anyway wait what am I saying I know it you will see waka you idiot do you have any idea what you've done and the comment as our resident oracle six videos on there's no freaking way we can be characters like that I'm telling you another chance in hell I say we just give up here and grab a drink on the way home oh and if your drinks alcoholic don't forget to arrange for our designated ratio of the first the to the bank of liquor was a complete it would send us come now Lord yes and surely there must be some tragedy we can use against him no there isn't how are Chris is invincible you hear me a much more yeah and now that he's a freaking huge I can't even imagine his sheer destructive power he truly is a king king giant Heraclis part of me is waiting for him to climb the Empire State Building or something this is really really bad you know master I've changed my mind no more running away from me instead I say we just stay here and watch him destroy the world good blood what do you think if you can't beat him watch him win right we've got great seats hey for some more yells on it on yeah what do you do that for jackass snap out of it already moron that thing might look like Heracles but he's gone so berserk he doesn't even remember you so it's not the Heracles you know anymore am I wrong well no I guess not then will you help us think of a surgery you know all right all right but seriously all kidding aside that guy is way out of our league we came past we hope to defeat him just by attacking him as like usual well you're it's already gone on top after being still I mean at our building right maybe we could demolish it and let her fall him for kill him did you forget that how trades talk already even if the back we'd have to repeat it 11 more times to finish him off for good do you really think he's gonna climb past guys go by 11 times in a row now I club and then a form is I actually need to his daughter okay we've got one we've got you've got media her case would be a lot harder to handle on the ground here he how he probably adjusts all asses how if we get to class haha so last home well the first menu for the name using that's it looks like you and I just had the same idea mentor I can't can't you to her channel that's right there's a long being a traditional way to kill Giants and Oni and it doesn't require a blade I don't need this single needle what matter don't we need a little fortune for this plan not at all I might not be able to make people grow but I can make them shrink easily enough huh hold on what is your playing exactly allow me to explain first I cast a spell that will make us all tiny okay second we jump into a Heracles guy's mouth oh lord right third we split up you want us to split up again and there are four places and exactly where we should be working together only sure but it's not that simple once we get in we still have to figure out how we can defeat him being tiny and all and for tells heroes I would kill Giants this way by stabbing their stomachs with a needle passing through their eyes and so on but we don't hit now if that giant here has any of those weaknesses that's why I'm going to thrust all of you to figure out exactly what needs to be done to beat him once we do that to then we work together to execute a new strategy makes sense right it's a completely insane idea but it could work are you going to be okay coming along with us muster I say it sounds like fun if a real reckless site on you don't you must I like it come on how would you run let's climb to build it up and pay the pick a visit oh yeah I like it schmeckt aber gar nicht gut du kannst gerne jemand anders essen es map und wo schlingen sie so gerne machen wir jetzt wieder ein bisschen oldschool ihr wisst schon farming weil irgendwie mehr oder weniger was anderes ist ja nicht back hin dazu also wir sind nicht sie also sind nicht allem schon sehr rassad ein denn ich sehe hier sind viel kaster und assassins das sollte doch was werden der sex und ist es wie er make our way up for the moment bitte beteken der wetter not the stairs seem to me like a perfect opportunity to make up for the exercise you haven't been getting that's a concern for flavor people not me got it hmm can I can I can I can I and I thought I'd see Shano of all people making friends I never thought I had see Shano of all but it sucks his novel out what was that oops I didn't realize I was thinking out loud what in the world are you talking about me too to be completely honest I've obviously considered myself something of a genius but I have no idea what you just said well let's just say I'm just watching out for you like a parent would you may have been summoned to this world as a rogue spirit but you're still you and it's not all easy to find people who will accept you just as you are as köpfer uptrendes monster order I know you're you have pancake and shizuka but that's not the same here well my point is you found someone you like and who likes you back your friends and when I don't know much about the interests of being human I do know that having friends is healthier happy beautiful thing that's why I can't help but be glad to hear where someone took a leer that's great except you're forgetting one little detail we are not friends exactly okay video is cocky I'd sooner run down the slopes of a hydrogen and then friends with with her I think great she and I being friends is completely out of the question anyway never mind it at all we're here now good good then just let focus on heracles now good grief good this roof should work nicely all right here's the plan we all jump at this move together and then I make you all easy and bushy size before we land inside us wouldn't it be better for you to shrink us before we drop that would use the odds of him spotting us to I'm being a big bank hey you know we're able to jump the distance if mentor shrinks us down beforehand but that video I want him to notice us that way he'll be looking at was and it'll certainly sit a land in his mouth exactly all right I'm going to cast a spell that will carry you all over to him turn the drums ring but not with thunder the tingle streaks through the night like a shooting star come forth gates of a stormy night rain down fires in hell now flap and flap until you've flown far far away he's seen us well sure yes anyone would notice such a huge surge of magic energy so close to them but it's a late frame to do anything about it now go on then shrink down make way for ease and bushy and it tickles also hang on when I think about it I'm jumping into Eryx's summit there with the rest of you Ross I don't want to get a stomach exit on me see I thought it sooner sorry about this Eryx's but we're coming in und damit enden wir als Vorspeise so this is for the Eryx's looks inside I see the girl knows with the Academia damas I was lost belt 5 1 huh looks like we are in the whole other world here or we can now be by ushi I see here as he verwandled it well it's at least better than going through our extra stomach come on everyone let's get moving what was that I guess since there's a whole world inside our class now there are also demons and monsters to populate it looks like we just have to do the big guy a favor and take care of them so they don't give them a heartburn wir reinigen jetzt Herr Claus von innen ist das so weiß ich nicht sell set work oder sowas wir sind die abwehrzellen wir sorgen dafür dass Herr Claus mund und fit bleibt liebe Leute damit er weiter die die Welt vernichten kann naja es hätte schlimmer kommen können er hätte sich in Alcades verwandeln können oder ja und er will ja so an mein bäumen sehr gut hätte ich finde es so gerade sehr schön dass wir echt hier sehr viel glück mit dem arzt boden gehabt haben so jetzt machen wir erst mal eine big mit unseren schönen Scherazade ich gebe mir also den vergleich zwischen den breiten drei Kassel vom gameplay jetzt hier und Anastasia hat ja die beste Batterie gleich mit 50% Scherazade und Sieg haben 30% Scherazade ist natürlich mit Abstand im tanken gesehen ihr maßig an Leben und ist natürlich ein großer Vorteil bei ihr sie hat ein bisschen bessertes MP-Gain als Anna aber Sieg hat schlechter als beide aber da er den MP-Gain-Skill hat wird das besser als die beiden anderen und Sieg hat halt wie also Anna hat einen Arzt-Buff einen Arzt-Mane-Burst für eine Runde ich wüsste jetzt auch gar nicht wer der höchste ist ich glaube Anastasia ist es ich bin ihm jetzt aber auch nicht sicher Scherazade hat den Vorteil dass sie halt noch ein ganz cooles Utility-Ding hat weil sie halt unter anderem hier noch Party-Guts hat was echt ganz nice sein kann in gewissen Stallkämpfen so und natürlich hat Scherazade noch diese schöne Nische gegen Kings und King-Ginger tut sie halt einfach zu stören ähm aber ansonsten würde ich sie hier doch leider unter der anderen beiden setzen also wie gesagt für Secure sie gedacht aber Lupen tut sie auf jeden Fall sehr gut und optisch ist es auf jeden Fall ganz nett anzusehen oder so also dann haben wir die Bezillen bezwungen Herakles kann jetzt erstmal wieder ganz entspannt weiter hier fressen wie das bewegt sich weh ich will es gar nicht wissen so uh hat sich ja richtig gelohnt hier und äh wenn es uns dann noch erlaubt ist dann machen wir den letzten Abschnitt und ich bin dann gespannt wie wir also ich fühle ähm entspannt gespannt aber auch ein bisschen traurig weil wie gesagt wir haben jetzt hier ähm ähm Kagekiyo haben wir für kein einziges Mal getroffen was ich doch irgendwie doof finde ich habe ja jetzt lochentlich Lostback 5v5 durchgespielt aber ich hatte ich denke da wird sie ja irgendeine Lore eine Rolle haben wieso sie da auftaucht und ich glaube das wird jetzt nichts damit zu tun haben dass sie mit einem Hammer draufgeschlagen wurde und apropos Teile wir fighten jetzt haben wir ein bisschen Teile wir machen jetzt hier ein bisschen so Chang'Gong äh in der Hoffnung dass das so klappt wie ich mir das vorstelle die Hände die Hände die Hände das ist das das Nessi mit natürlich mein Maid's Craft ist mir ich nicht ist ich das mit so wo wir hier we go now Master, this way Die magische Nadel The needle is reacting to something Ich dachte wir wollten uns übrigens aufteilen Maybe this means... I mean... Iwu Uchiwaka is here too? It's hard to believe that could be the case But given how the needle is reacting there may be well something that come from the Melod of Fortune is here Then we just gotta take care of whatever is that something Come on Map, you want to get this out of, right? Okay, okay, come on Master, let's go! Well, if anything is here causing this mess, it's gotta be that guy Mini Heracles? He definitely will be running to go, isn't he? Is it just me or is it really weird that we are about to fight Heracles in his own stomach? It should make for quite a tale of the Roaring Doe I was not ready for today If I'd got out of the Queen of My Caliphers sneaking around in some of his stomach, I'd never leave it down Perhaps the Sarah cares we're fighting, so I'm out But hey, I can still wish you all day good luck, so good luck! You're nothing if not consistent, huh? Alright Master, let's do this! Prepare to witness my tiny soldier mode! Tiny soldier mode activated! Ultra Ushiva Kamaru Moves! So, or so ähnlich So, liebe Leute, dann machen wir weiter Und in der Hoffnung, dass wir den kleinen großen Heracles besser besänftigen können Im Fatal Battle, wie gesagt, wir machen jetzt ein bisschen Teiler Action So, in Peaceful Club, das ist sehr gut, weil das ist auch das, was ich machen wollte So, wir machen jetzt ziemlich ihr Guts Dann, du siehst mal ganz eindeutig aus wie Genji Deswegen greifen wir dich natürlich auch auf Genji Art und Weise an Machen aber gleichzeitig noch einen Taunt Denn das, was ich machen will, ist Ah, das sind wir so, darf ich nicht machen, das wäre jetzt nicht so schlimm Ist, dass ich mal Fat MP-Damage mit dir raushaue So, ähm, denn Tyra hat ja, das werden wir jetzt hier mal uns schön anschauen Die, die, die schöne Effekt, dass jedes Mal, wenn der Guts getriggert wird, ähm, die Gegner einen, äh, First of Vengeance, äh, sie haben, First of Vengeance Buff, bekommt der MP-Damage erhöht Und in dem Fall hat der Guts getriggert, so Und ihr seht, der Image ist natürlich gut nach oben gegangen, so Aber der Vorteil ist, also er sollte uns jetzt killen Alter, das hat er noch zwei Mal angegriffen, was für ein Lappen, man Konio Go, nix der Typ, man Nur gut, auch nicht so schlimm Äh, ich hätte es gerne ein zweites Mal aus dem Buff-Action wird, aber es ist wurscht, wir haben das Ganze eh noch aktiv Äh, dann keine Kastore, sondern Eine Skadi 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 Und dann Hauen wir es halt mit einem Buff raus Machen gleichzeitig noch unser Attack-Up Und, da würde ich sagen, heißt das ist ein bisschen coole Teile-Action Oh, zu Siegertäne 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 Dass natürlich MP-Damage ab deutlich nach oben geht, erwähnen wir, dass es in First Avenge macht. Also bis zu 3 habe ich schon gestackt, 4 habe ich jetzt noch nicht gestackt, aber ihr Damage wird dadurch echt richtig, richtig stark. Also, weil, wie gesagt, der normale MP-Damage-Ball ist ja wirklich ziemlich unterklassig, aber dadurch kann man hier schon was Schönes raushauen. So, Mini-Megalus im Großen Megalus ist bezogen. Wow, wir haben tatsächlich getötet. Dann, ich glaube, das macht Sinn, weil er nicht der reale Herakles war. We need to get out of here, before Ereakles returns to Snobus eyes. Dann, let's cake already. Right. Hold on to be tightly masked of Caldea. Mitsugi on it. Yeah, that was definitely our toughest fight so far. I can't believe how much trouble I'm causing. What in the world could I be thinking? Oh, was ist zu der Needle? Iron Space Rift, oder? Was ist hier? Oh, was ist hier? Evil Ushibaka is on the other side. I think so, when things are telling me that's where we find her. I guess this hole leads to where we need to go, so we can finally settle this. Maybe now we see what is Evil Ushibaka aka the Outer Shanoa has been planning all alone. Alright everyone, let's get going. And don't worry Master of Kadea, whatever happens I make sure to keep you safe. But it's my job mentor. You see so putzig, you see, you see, you see so putzig. Das ist echt so putzig. Danke, liebe Leute. Das stimmt. Dann stürzt ihr das Spiel auf. Was in diesem Fall aber natürlich in keinerlei Weise schlimm ist. Denn wir beenden jetzt hier den Part. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's wieder weiter mit Let's Play, Fake und Outer. Und dann, ja, den Beginn vom Finale. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für's Zuschauen.